Die Multistrada V4 ist nicht erst seit gestern eine ernst zu nehmende Konkurrentin für die große GS. Das zeigen viele Tests. Ducati hat mit der Rallye-Version jetzt nochmal nachgelegt und ein Bike auf den Markt gebracht, das umso mehr für Offroad-Touren geeignet ist. Damit du dort ausreichend geschützt bist und dein Gepäck sicher transportieren kannst, brauchst du entsprechendes Zubehör. Und das zeigen wir dir jetzt. Dieses italienische Power-Paket verdient besonderen Schutz. Mit dem speziell angepassten Sturzbügel kannst du ärgerliche Schäden an der seitlichen Verkleidung verringern. Das robuste Stahlrohr wird an Original-Anbaupunkten montiert. Der Sturzbügel fügt sich nahtlos ein in das schicke Erscheinungsbild der Multistrada V4 Rallye. Darunter seht ihr unseren Motorschutz verbaut. Gerade bei Geländefahrten kann euch dieses massive Schutzteil viel Ärger ersparen. Selbst wenn ihr anspruchsvollste Hindernisse überwindet, Steinschlag und Bodenkontakt können Schäden am V4 Motor verursachen. Aber nicht mit diesem Motorschutz. Die passgenaue Aluminiumkonstruktion kann einiges ab. Wir bieten den Motorschutz in Schwarz und Silbern an. Unsere Sturzpad-Kits für Vorder- und Hinterradachse schützen die Schwinge oder die Gabel vor Beschädigungen im Falle eines Sturzes. Die Pads sind aus abriebfestem Kunststoff gefertigt und dank ihres Glasfaseranteils äußerst widerstandsfähig. Das rote Bullen-Logo sorgt für ein schickes Detail an der ohnehin schon so hübschen Multistrada. Auch für die Rallye-Version der Multistrada V4 haben wir selbstverständlich einen Pro-Tankring im Programm. Auf dem könnt ihr dank der magnetischen Führungshilfe spielend leicht die unterschiedlichen Modelle unserer Pro-Serie befestigen. Der Pro-City passt perfekt zu der steil verlaufenden Tankform der V4 Rallye. Er hat 14 Liter Stauraum und dank seiner schlanken Form bietet er auch im vollbepackten Zustand einen optimalen Lenkeinschlag. Weiter geht's mit den Trax ADV Alu-Koffern, unsere Dauerbrenner für jedes Motorrad-Abenteuer. Wir haben hier unser Komplett-Paket verbaut mit zwei Seitenkoffern und dem Top-Case. Wasserdicht, komfortable Zuladung, abnehmbare Deckel, stabile Alu-Griffe, verstärkte Kunststoff-Ecken und und und. Mit den Trax ADV-Koffern bist du garantiert für jede Reise bestens ausgestattet. Damit du auf deinen Touren nicht die Orientierung verlierst, haben wir auch einen Navihalter für die Multistrada V4 Rallye. Der Halter wird an der Lenkeraufnahme montiert, ist schwenkbar und gewährt dem Fahrer beste Sicht auf sein Navigationsgerät. Mit den Evo-Fußrasten verbesserst du deinen Fahrkomfort. Dank der vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten findest du garantiert die optimale Position, egal ob im Sitzen oder im Stehen bei Geländefahrten. Soweit das Zubehör für die Multistrada V4 Rallye. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, einfach auf den Link klicken in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zum Shop und zu unseren Produkten. Viel Spaß, wir sehen uns bis bald. Vielen Dank.